Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Nintendo World Cup. Wer kein NES-Game versäumen will, der kann da unten gleich mal abonnieren und vielleicht auch die Glocke läuten. Ja, Nintendo World Cup, eins der wenigen Vier-Spieler-Spiele am NES, funktioniert nämlich mit diesem Adapter hier, wunderbar. Ja, eins, zwei, drei, vier Spieler mit diesem Adapter. Ich besitze ihm leider selbst nicht, aber vielleicht lege ich mir die mal zu, weil ich hätte ein paar Vier-Spieler-Spiele am Ende. Gut, wir starten, wir machen wie so oft eine Challenge, wir spielen hier Deutschland gegen Kameron und ich versuche mindestens fünf Tore zu schießen und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie viel Tore ihr schafft. Ich schaffe bestimmt mehr, ihr habt da mehr Übungen drinnen. Ich habe das nur einmal kurz Probe gespielt vorher. Gut, geht schon los. Act Giant ist, was unterhält. Ein Ball gleich übernommen und wurde gleich weggefolgt hier. Come on, so wird das nichts mit dem Fünftor am Vorsprung. Ich muss erst einmal ein paar Zutore-Vollen wahrscheinlich. Ja, hier kann man wirklich nur mit Vollen gewinnen. So, Act, komm an. So, jetzt reicht es aber. Jetzt reicht es. Hier, ich versuche mal reinzulaufen ins Tor. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ja, yes. 1 zu 0. Gut, ich bin gespannt, mit wie viel Toren Vorsprung ich es schaffe. Fünftor sollten drin sein, glaube ich, wenn es so weitergeht. So, mal versuchen wir mal einen Superschuss. Passt zu mir, Junge. Und... Bäm. Bitte geh rein. Hö! Wieso kann ich den halten? Ich dachte, Superschuss kann man nicht halten. Verdammt. Was ist denn da schiefgelaufen? Mist, verdammt. Okay, machen wir nochmal den hier. Ah, so knapp an der Linie, verdammt. Mist, Misty. Ja, wird es vielleicht doch nicht so easy mit den fünf Toren Vorsprung. Passt zu mir, Junge. Passt zu mir. Und... Yes. 2 zu 0. Für Deutschland. Come on. Weg, 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 weg. Schieß noch. Arx. Also mit normalen Schüssen geht da gar nichts. Der Querschuss vor allem war schon ganz nice. Du könntest mal zu mir passen. Hier und ich versuche wieder mal einen Superschuss. Und... Bitte, 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 bitte. War der drinnen oder war der abgewehrt? Mist, der war abgewehrt. Verdammter Mist. Man hat nämlich nur fünf von diesen Superschüssen pro Halbzeit. Ich glaube, fünf waren es. Nur so am Rande erwähnt, dieses Spiel gibt es auch für den Gameboy. Ich habe es damals nur im Gameboy gehabt. War richtig, richtig fein. Das geht. Am Gameboy... Obwohl ich vor Fußball nicht stand, aber... Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe es aber nie im Multiplayer gespielt, muss ich gestehen. Komm mal an. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Und... BÄM! Arx. Daneben gehüpft. Ich blödi. So, passt zu mir mal, Junge. Jetzt versuchen wir da einen... Nix. Das war nix. Eieieieiei. Passen. Passen. Passen, Passen, Passen. Und... BÄM! Jetzt geht er rein, oder? Yes! Die Animation auch noch wie ins Tor einschlägt. Super ist das. Ganz feines geben. Das beste Fußball-Game am NRS, Leute. Ich habe es noch nicht alle NRS-Games gezockt, aber ich sage es einfach mal so. Ich finde, das ist echt gut gelungen. Schieß rein, schieß rein. Arx. Den fallen wir hier weg, hier. Den Jungen hier. Nein. Weg mit dir. So, ein bisschen Schmerzen hier. Schmerzensgeld. Nein. So, und zu mir bitte. Ich versuche, um rein zu dribbeln. So, da. Ich ziehe rauf und... Yes! 4 zu 0. Ja, vielleicht habe ich das 5 zu 0 noch vor der Halbzeit. Das wäre nice. Ich bin gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel ihr schafft. Das da bin ich gespannt. Können wir auch reinschreiben, wenn er weniger als ich schaffe. Dann freue ich mich, dass ich nicht der schlechteste bin. Arx, komm an. Schieß rein. Mach ihm rein, Rudi. Mach ihm rein, Rudi. So, da. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber... Mach ihm rein, Rudi. Hört sich einfach besser an. So, da. Vielleicht solltest du ihn mir abgeben hier. Und ich mache den hier. Und... Na, nix. Drüber. Mistkick. Mistkick. So ein Mist. Okay. Ah, der steht ja schon tot. Da lebt nix mehr. So. Ich werde versuchen, Entschießen oder rein dribbeln. Ich versuche wieder rein dribbeln. Den ausweichen hier. Achs. Ja, ich gehe nach klar. Diese... Schieß, schießen rein. Ah, da war ich nicht ganz richtig gestanden. Diese Tricks mit dem rein dribbeln geht natürlich bei den... Nur bei den schlechten Mannschaften. Also bei den ersten. Später geht es dann nicht mehr. Dann muss man sich dann schon ein bisschen mehr anstrengern. Zu mir weiter. Zu mir. Habe ich noch einen Superschuss über? Ich versuche es. Ja, ich habe keinen Superschuss mehr über. Ai, ai, ai. Keine Kraft mehr für Superschüsse. Muss ich so versuchen. Ähm... Kannst du aber trotzdem zu mir passen. Ich stehe nämlich frei. Ich stehe frei. Hallo. Da liegen schon die Leichen überall. Finde ich super. Passern. Ja, passen. Ich soll doch da schauen. Na. Wo passt der so weit zurück? Was soll der? Mist. So, da. Zu mir, bitte. Zu mir. Na. Der eine muss dann noch weggefreut werden. Der stört noch. Junge, du störst. So, da. Und. Yes. Ihr seht, ich habe richtig Spaß mit dem Spiel. Obwohl ich Fußball gar nicht so mag, Leute. Man muss nicht Fußball mögen, um gerne Nintendo World Cup zu spielen. Das ist absolut nicht notwendig. Ich kann mit Fußball nicht so viel anfangen. Würde niemals FIFA spielen. Aber das macht echt Laune. Schießen rein. Mach eben rein. Nochmal. Da. Geht schon. Und. Rein damit. Rein. Wo bin ich überhaupt? Rein. Gut, da bin ich. Ah, das hat uns beide gefroilt. Zu mir. Na, das war nix. Das war nix. Na, Zeit ist gleich aus. Halbzeit ist gleich. Gleiches Halbzeit. Vor allem, wir den nochmal schnell um die Ecke da. Na, das war's. 5 zu 0 in der Halbzeit. Heuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui passen was zu mir das war nix gut ich muss mich selbst um kümmern und wieder zu mir zurück normal schnell macht doch was nennt er darf kein durch schießen auf gar keinen fall wie peinlich wie peinlich ok versuchen da auszuweichen ach nein da kriegt mich hier weg was für eine schlacht kann man kann man kann man und ab ins schlafe land zu mir passen bitte und daneben verdammt zu mir weil ich passen müssen 7 zu 1 7 zu 1 es kann sich noch ausgehen dass 10 so das 10 zu 1 10 zu 0 wird sich nicht mehr ausgehen da gibt es eine regel das mentor abgezogen bekommt ich glaube nicht zumindest nicht in diesem spiel kann man machen platt macht im platz macht im platz ist auch so super kann einfach nur den ball bekommen indem man den anfang andere möglichkeit gibt es nicht verbraucht und auch was anderes daneben ja sie müsste ich ja noch ein bisschen üben da ist echt versäumt versäumt das glück hier mit diesem fall rückziehen ja der hat mich jetzt hier gekillt na der und ich wollte dann am ristorischen rein köpfen so schön wollte ich das machen so da wo ist er gut und ein rahmen doch gleich mal zu mir abgeben danke sehr und da durch 10 und nicht zu mir nein doch wo hast denn du fußball spielen gelernt her damit ja mit dem ball darüber blöder doorman der stinkt der doorman das sieht man doch ja beim fußball da kommen natürlich emotionen hoch sogar bei mir ah ja ja komm an der wird weg im britz und britz hat ihm weg den braucht niemand da kann nix ausweichen ausweichen und gestor tor 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 8 zu 1 so ich stehe mich da jetzt hierhin warte auf einen pass und fall rückzieher daneben peinlich zu mir wieder danke sehr und jetzt geht's los dribble 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 erleben wir zu viele hat erleben noch zu viele es geht so nicht haben müssen einfach mehr gegenspieler sperren ja zum beispiel hier der ist dafür und nein ich würde das mit dem da man nicht fallen kann da kann man das irgendwie da man voll kein plan ja ja es ist absurd aber es ist wirklich eines der besten eines games und ich muss unbedingt mal zu viert spielen ist durch sicher die richtige goal ich wollte eigentlich hier zu mir lauten aber ok da ist schon hinüber da zu mir zu mir zu mir zu mir ich muss das selber in die hand nehmen ich muss das mehr selber in die hand nehmen ich sehe das geht schon zu mir noch mal versucht noch mal mit dem fall rückzieher und jetzt kann man nix extra weit unten standen in der hoffnung dass es geht ja 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 mit den 10 0 hat das wird knapp werden das wird knapp so vielleicht zu mir passen noch einmal ok da sind tiefer pass ich habe nicht gewusst was ich machen soll da waren mir einfach zu viel gegner damit ja mit dem ball haben wir ausgeprägt so knapp sekunde hat gefilter nicht einmal weniger ich habe schon auf schießen gedrückt und so wird das nix kann man und jetzt vielleicht gibt es doch noch was ein tor noch dann habe ich zehn tor geschossen nein der darf kein tor schießen der darf auf gar keinen freund schießen sich da immer herumfuscht da hinten schrecklich so spielt kein profi so zu mir passen und bämm wieso hält er denn immer verdammt blöder tor mann der ist viel zu gut so tschüss weggefolgt den typen mehr zu mir passen und keine zeit für solche spielschirren passen schießen da ist aber was macht er denn so knapp so knapp so knapp noch vier sekunden und es ist gleich aus das geht es nicht aus ich kann noch ein fall rück zu probieren es geht 19 1 19 1 3 schon gegen kamerun namen hatten wir euer ergebnis in die kommentare rein richtig vereins geben richtig fein ich ja verlinkt euch gleich hier mal das nächste landes spiel könnt ihr gleich draufklicken ich sage danke fürs zuschauen wenn ihr mehr sehen wollt da unten gleich mal abonnieren dann bekommt ihr jedes ns game direkt in euer abo fach und ich sage tschau tschau bis zum nächsten mal und ich sage tschau bis zurzeit und ich sage tschau bis zum nächsten mal